Weil ja alle wollen sie Geld haben. Der Onkel, die Deppen von der Bank. Sag, wer glaubt, dass alle ist scheißes Geld? Geldwäsche, Steuern, dazu und Kickback-Zahlungen, alles. Zerfetzt mir das Kleid. Was? Zerfetzt mir das Hochzeitskleid. Das muss echt wirken, brutal. Nein, das mach ich nicht. Der Onkel sucht dich. Er will seine scheiß Kohle. Polizei ist da. Du studierst gar nicht Philosophie? Das ist keine Führung. Nicht einmal annähernd.